Dieser junge Hund aus Indien war dem Tode geweiht. Sein Körper übervoll mit Teer, nachdem er in eine Baugrube gefallen war. Die klebende Masse machte es dem Tier unmöglich, sich noch zu bewegen, sodass er in der indischen Sommerhitze nur noch auf seinen Tod am Straßenrand warten konnte. Bis ein Passant sich endlich erbarmte und Hilfe holte. Die indischen Tierschützer von der NGO Animal Aid Unlimited rieben den Hund satte drei Stunden mit Pflanzenöl ein, um ihn von dem qualvollen Stoff zu befreien. Mit Erfolg. Monate nach dem Vorfall ist der Hund glücklicherweise nicht wieder zu erkennen.